Hallo, heute ist Eid el-Hub. Das Wort Eid heißt Fest und el-Hub heißt die Liebe, Fest der Liebe, Eid el-Hub. Und wir lernen heute Mein Schatz, männlich und weiblich. Mein Schatz heißt Habibi. Wenn du mit einem Mann redest, sagst du Habibi. Wenn du mit einer Frau sagst du Habibti. Ich liebe dich. Männlich heißt Anna. Bachibbek. Hier ist gehauchtes Haar. Anna. Bachibbek. Und weiblicher Form. Anna. Bachibbek. Vielen Dank für eure Interesse und bis bald. Tschüss.